Leute, 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 wir haben es alle in der Folge von meinem Daufein, Leute! Habt ihr die letzte Folge gesehen, Leute? Das war viel zu krass, Leute, das war viel zu heftig. Ich sehe gerade viel zu wenig. Leute, ich habe hier gerade einen Chat geschrieben. Guck mal, wie viele hier gerade online sind, Leute. Der ganze Eiskriegerklang. Ich habe gefragt, ob die meine Folge sehen. Vielleicht können die mich aufnehmen und kann ich auch zu denen ins Team. Dann können wir zusammen die Ampelkrieger besiegen, alle. Und deswegen wäre das jetzt, glaube ich, eine gute Idee, mit denen zu sprechen, Leute. Hier, ich habe geschrieben, Alpha, du Macher, wie du die Ampel... Ampel loser veröppelt hast. Ami schreibt, ich mag dich nicht, aber Respekt dafür. Wenn die heute kommen, helfen wir dir. Ich habe geschrieben, danke. Ich glaube, die wollen wirklich mich auch... Ich bin in der Mitte, Leute, oder? Ich bin ganz in der Mitte. Und da vorne, da ist jemand. Aber wer ist das, Leute? Mal ganz vorsichtig gucken. Das ist auf jeden Fall in einer Gruppe, Leute. Übrigens, Leute, haben wir auf meinem Minecraft-W-Unschein.de die neue Community-Kiste, in der man dieses OP-Schild ziehen kann. Oder diese super Spitzhacke-Aktis hier ab jetzt raus, Leute. Die Community-Kiste. Schaut euch allein die neuen Items hier an. Wow, was ist das für eine Puppe. Deswegen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, kommen Sie von servioschein.de für Handy und PC und Tablet und alles erreicht. Mal kommen mit und spielen mit. Oh, oh, ich glaube, die halten eine Ausschau, Leute. Da hinten... Da hinten ist noch ein Spieler. Da hinten ist noch einer. Leute, das sind richtig viele. Du meinst ja richtig ernst. Oh, nein, soll ich mich nicht in Stellen gehen? Da vorne sind zwei YouTuber. Ich glaube... Nein, 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 nein. Da vorne im Wasser jetzt auch, oder? Hat mich jemand gesehen hier? Das ist nur der Fisch. Aber ich weiß nicht, ob ich denen jetzt vertrauen kann, Leute. Ich habe auf jeden Fall da hinten gerade auch jemanden gesehen. Leute, denkt ihr, die werden mich angreifen, wenn die mich sehen? Okay, die Person da vorne ist jetzt weg. Oh, Mann, Leute. Wisst ihr schon, Leute? Die Zone wird sogar immer noch kleiner, glaube ich, und alles. Also, Minecraft-Helden soll jetzt wirklich bald zu Ende gehen. Und meine Rüstung, Leute, die ich jetzt in der letzten Folge gesehen, hat so viel Leben verloren. Ich glaube, ich ziehe jetzt schon mal die Beste an, die ich hier habe. Kann ich hier vielleicht noch... Das mal probieren. Boah, Leute, ich darf hier nicht die ganze Zeit im Offenen sein. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich bin gerade noch nicht ready. Machen wir einfach Erde rein, so. Ich komme hier ein bisschen runter. Guck mal, wie viel Platz ich jetzt hier auch freie, Leute. Oh, nein. Ich habe gestern so viele... Ich habe auch nicht mehr viele Anderpellen, Leute. Oh, nein. Langsam geht hier alles zu Ende, Leute. Ich habe fast nicht mehr alles. Wo ist mein Amboss? Nein. Habe ich den nicht mitgenommen? Als ob, Leute. Ich wollte gucken, ob ich meine Schuhe hier verbinden kann mit denen hier. Wenn das funktioniert hätte, Leute, dann hätte ich so OP-Schuhe. Obwohl, warte mal, die haben auch nicht... Ey, warte mal, die haben gar keine Protection, Leute. Die sind auch richtig schlecht. Die haben nur so Blast Protection, Leute. Ich dachte, die haben normale Protection. Nein, Leute. Vielleicht habe ich deswegen so viel Schaden bekommen, letzte Folge. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, Leute. Zum Glück habe ich das jetzt gesehen. Das hätte ich ihnen noch angelassen. Dann habe ich lieber Fedder... Oh, warte mal, Leute. Habe ich gerade die Gruppe gesehen? Äh, wie habe ich gerade die Gruppe gesehen? Hier. Boah, gucken, wer da alles drin ist. Soll ich reingehen? Ich kann mir vorstellen, was hier... Ey! Was? Könnt ihr euch vorstellen? Ach so. Bro, so geht's euch. Oh, wir lösen die Alvie. Jetzt schönes Gehen, Bros. Danke. Habt ihr meine Folge gesehen? Ich habe es ihnen richtig gezeigt. Ich habe nichts gegen mich. Oh, du hast die Hubs genommen. Ja, guck mal, man kann sagen, was man will. Du hast die wirklich Hubs genommen. Danke, Leute. Danke, Leute. Ich habe mir Mühe gegeben. Wisst ihr? Und kann... Alter, mich werde ich jetzt aufnehmen, weil ich bin alleine die ganze Zeit. Meine Rüsten... Wir müssen uns gerade auflösen. Warum auflösen? Ja, Bro, wir haben ab morgen kein Team mehr da. Alvie, ab morgen nehmen wir dich an. Ja! Leute, ich mache neue Rüsten und bitte, ich habe keine mehr. Ich habe nur noch eine. Ach so. Deswegen. Ja, kann man dir geben. Wo soll man mich hin tun? Kann ich in die Mitte eine Kiste legen? Ja. Oder soll man es persönlich treffen, Bros? Ey, weiß ich nicht. Kannst du ja mit einer per Ozone von uns treffen, wenn du uns Angst hast? Ich habe ein bisschen Angst. Nur ein bisschen. Weil ihr sagt ganz viele. Ich sage ganz viele. Du hast ja gestern auch von ganz vielen gejagt. Ihr will bestimmt nichts sagen. Ihr will bestimmt nichts sagen. Ihr will bestimmt nichts sagen. Ja, Freunde. Ja gut, Alfie. Wir müssen mal langsam weitermachen. Deswegen wäre cool, wenn du nochmal aus der Kuppe rausgehst. Nö. Bro, wir lösen uns gerade ja wirklich auf. Also es ist der letzte Tag. Ist alles ein bisschen traurig. Ich bin da. Ich bin da, wenn du reden willst. Ja, ja. Okay, danke. Ich rede mit dir, Lukas. Ja, okay. Tschüss. Warum tschüss? Junge, wollen wir zwei Leine weitermachen? Morgen, geh raus. Nein. Wir reden jetzt zusammen. Wir machen eine neue Gruppe auf. Nein. Leute. Bitte. Rindy. Esch. Nein, Alfie. Esch. Esch. Ich habe dir keine Chancen gegeben. Wie viele Chancen soll ich dir noch geben? Esch, wir können jetzt reden, Eschio. Worüber denn? Ich bin bereit, Eschio. Wofür? Eins gegen eins jetzt. Weiter nochmal, offiziell. Dann komm, dann lass jetzt das eins gegen eins machen. Eschio. Hier sind so viele Leute. Die haben alle deinen Skin. Was? Hä? Wir waren doch noch vor ein paar Sekunden im selben Clan. Also sind wir eigentlich immer noch so indirekt. Aber die Regeln besagen, dass wir jetzt nicht mehr ab morgen zusammenrennen dürfen. Ab morgen, aber heute ist es heute. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ach, es ist heute. Jungs, ich komme in die Hölle. Ich komme in die Hölle. Was ist passiert? Die haben hier ein Grab gemacht. Eschio, komm mal her. Nein. Bro. Wo ist das Grab? Ähm, Mittelinsel. Bro. Ich komme auch, ich komme auch. Ich komme. Du kannst jetzt nicht das Grab wegmachen. Ich komme, Freunde. Nein. Du hast nicht das Grab weggemacht. Die liebste Melone 4 zu 0. Das ist nur 0, hast du gemacht? Zeig, zeig, zeig. Okay, Leute. Ich habe irgendwie ein mulmiges Gefühl. Ich glaube, es sieht gar nicht gut für mich aus, Leute. Ich glaube, wenn ich da hingehe, heute dürfen die noch, Team, Leute. Warum sollten die mich alleine? Warum sollte ich einen Kampf gegen Essie alleine machen, Leute? Das hat allein von meiner Rüstung gar keinen Sinn hier. Ach, Mann, Leute. Hätte ich mir die erst gefarmt, Leute, mit der Rüstung hin, dann wäre ich da hingegangen. Aber jetzt ist es sehr riskant. Es ist sehr riskant. Ich kann noch meine bessere Hose anziehen. Aber gute Helme habe ich auch nicht mehr, Leute. Das war's fast. Schaut euch das an. Oh, nein. Als ob ich jetzt hier noch Dias finde, Leute. Soll ich hier noch Dias fahren gehen vielleicht? Aber das wollte ich da nur in die Länge ziehen, Leute. Aber morgen sind die halt nicht mehr im Team. Wenn die nicht im Team sind, dann... Dann könnte ich vielleicht schaffen. Soll ich mich hochbauen, Leute? Ich weiß es nicht. Sind die immer noch in der Gruppe, wo ich rein kann? Oh, die verlassen gerade die Gruppe. Äh, äh, äh. Hey, Alpi, was willst du? Wie geht's euch, meine Freunde? Wie geht's dir? Hey, Alpi, wo bist du eigentlich gerade? Johannes, wir können uns treffen, Bro. Aber nur wir alleine. Ja, okay, wo wollen wir uns treffen? Bist du denn sicher, Kiannis? Ich bin mir sehr sicher. Ich hab den sehr ohne andere Stress weg. Ich bin kein Stress. Ich dachte, du willst mit mir reden. Nein. Ihr seid alle ein Team. Bro, wir sind alle nichts. Ich muss die Gruppe verlassen, sonst sehen die meinen Namen. Tschüss. Heute war sonst sehen die das Zeichen an meinem Namen. Also über meinen Skin. Und das wäre sehr gefährlich, Leute. Aber ich muss mich eigentlich hochbauen, Leute. Oder? Oh Mann, dann könnte es heute schon vorbei sein. Und das könnte dann heute die letzte Folge sein. Meine Splitzhacke geht auch langsam kaputt. Ich muss mal neu craften. Habe ich Holz? Oh, zum Glück habe ich noch Holz. Oh Mann, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass es mein letztes Eisen ist. Wenn gleich auf einmal von irgendwo einer kommt, Leute, dann ist eh Game Over. Ich habe auch nur noch... Nein, habe ich wirklich nur noch drei Goldäpfel? Das ist nicht wahr, oder? Ich habe nur noch drei Goldäpfel. Nein. Leute. Oha, mein Schild ist auch so gut wie kaputt. Ich mache mal auch sofort ein neues. Leute, nein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was machen wir jetzt, Leute? Was machen wir jetzt? Ich habe hier noch einen Apfel. Habe ich Gold dabei? Ich habe nicht mal Gold dabei. Oh Mann, ey. Ich muss zu meiner Kiste in der Mitte. Da habe ich Gold. Aber da kann ich jetzt nicht einfach so hingehen, Leute. Sonst holen die mich. Ich kann es ja gleich wieder versuchen, ein bisschen an die Oberfläche zu gehen und alles zu kontrollieren. Ich glaube, wenn die mich sehen, kriegen die mich eh nicht, Leute. Ihr wisst, ich bin der Meister am Abhauen. Ein neues Schild erst mal craften. Und mir ging das nochmal so, ja. Aber direkt mehrere, Leute. Wir brauchen ganz viele. Dann noch einen machen wir. Und dann hätten wir genug. Ich habe keinen Amos dabei. Oh Mann, ey, Leute. Meine Rüstung. Seht ihr hier? Das Einbogenschuss. Das ist auch gefühlt kaputt. Oh Mann, ey. Das wird heute sehr gefährlich. Aber Leute, das ist ein PvP-Projekt. Und das ist okay. Das ist okay. Ich sage, ah, Spielzeuge brauche ich noch. Das ist okay, Leute. Das ist wirklich okay. Was soll ich denn sonst machen, Leute? Alle gehen sonst machen. Sind alle gegen mich, Leute. Ich habe niemanden im Team. Sogar Ente ist mein Gegner. Ist Ente noch in dem Call drin? Ente, du bist einfach ente, Ente. Hä? Warum, Bro? Wir waren immer in dem. Und wir haben einfach mit dem. Hä? Warum? Was bist du so, Ente? Was bist du so? Hä? Was bist du so, Bro? Du hast mich im Stich gelassen. Du hast mich im Stich gelassen. Ente, du hast ihn einfach klein im Stich gelassen. Du hast mich im Stich gelassen, Ente. Lass mich in Ruhe. Lass mich, Ente. Lass mich in Ruhe. Ente, du bist schuld. Ente, Ente. Wieso bin ich schuld? Du hast Ente reingeholt. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Ich kann es nicht verzeihen. Gib mir Ente wieder. Ente, komm jetzt zu mir, bitte. Alter, wir dürfen nicht mit Sie immer morgen. Aber jetzt noch. Jetzt noch, Ente. Bro, das würde nichts bringen. Ich habe dir in meine Träge schworen. Ja, mir nicht, oder was? Hä? Es ist vorbei. Oh, oh. Das Gruppe verlassen. Ich habe meinen Namen gesehen vielleicht. Wenn ja, dann habe ich jetzt ein Problem. Warum hat er gesagt, es ist vorbei? Es ist auf jeden Fall nicht für mich vorbei. Gar keinen Fall. Ich muss sogar jetzt meinen einfach kleinen Banner wegschmeißen. Leute, soll ich hochgehen? Soll ich? Als ob ich jetzt die ganze Zeit in der Höhle bleibe, Leute. Das kann ich auch nicht machen. Ich muss hoch. Ich muss hoch, Leute. Ich rüste wenigstens mein Inventar noch richtig aus. Falls es gleich zum Kampf kommen könnte. Was wird so oder so passieren? Boah, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, sag ich ehrlich. Sehr gefährlich, was ich hier mache. Okay, Ente ist schon mal weg. Ente ist schon mal weg. Schon mal ein Klick nach weniger. Vielleicht verlassen die gleich alle. Boah, Ente ist wieder da, Leute. Was soll das denn? Sie sind schon alle im Team. Wir wollen hier mit mir reden. Das weiß ich nicht, Leute. Nein, Leute. Ich will nicht, dass heute meine letzte Folge ist. Ich will es doch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist die letzte Folge. Nein, Leute. Warum habe ich dieses Gefühl, dass es die letzte Folge sein könnte? Ich weiß es nicht. Leute, so viele Namen. Und die sind auch alle in sehr gutem PvP. Okay, Leute. Ich komme gerade irgendwo raus, glaube ich. Ganz vorsichtig. Hier ist Wasser. Mal ein bisschen gucken. Ob hier irgendwo jemand sieht, ob alles frei ist. Ich kann mich jetzt in meiner Kiste durchbauen. Ich weiß nicht, wo die Kiste ist. Oh, da vorne läuft jemand. Aber da vorne ist jemand. Die kontrollieren wirklich alles, Leute. Die kontrollieren wirklich alles. Lohnt sich ein Gold ab für mehr, Leute? Ich weiß ja auch nicht. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall in die Richtung gehen, Leute. Och, Mann. Jetzt habe ich mich jetzt hier wie im Auberhof durchbude. Aber, Leute. Ich glaube, das ist erst mal das sicherste Kratz, was ich hier machen kann. Hey, was soll das denn, Leute? Das bin ich nicht. Klar, das ist normalerweise so richtig. Aber nicht so. Oh, oh. Ich mache gerade das ganze Wasser auf. Das ist nicht so gut. Okay, Kian ist schon mal weg. Kian ist schon mal weg. Ich muss einfach ein bisschen Zeit gewinnen, Leute. Dann werden die immer weniger. Ich muss mich immer umschauen, Leute. Immer umschauen. Aber warum geht das so schlecht in der Film? Ist mich so besser? Oh, ich dachte, ich habe gerade Schritte gehört. Meine Kiste ist da vorne, Leute. Wir müssen da hinkommen. Ja, Amir ist weg. Amir ist weg. Okay, Amir ist schon mal ein starker Gegner. Ein Tauch. Okay, Leute. Ich glaube, ich kann gleich zur Mitte gehen. Es sind weniger. Es sind weniger, Leute. Vor denen muss ich nicht so Angst haben. Okay, Weif. Na, Weif ist nicht so gut im PvP. Okay, doch, Leute. Das ist schon gut, aber. Auf jeden Fall weniger starke online. Komm schon. Wir müssen kurz weggehen, Leute. Ich brauche meine Äpfel. Wir müssen auch wissen, wir haben auch als Regel. Was für feste Spielezeiten hier haben. Ich kontrolliere gerade alles in der Nähe. Aber sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Soll ich hinschwimmen? Ich weiß nicht, Leute. Soll ich riskieren einfach? Die drei können mich nicht kriegen, Leute. Wenn ich meine Anappellen werfe. Auch wenn die stark sind. Komm, Leute. Ich mache es jetzt. Ich mache es jetzt fürs Video. Let's go. Soll ich die Schuhe anziehen? Aber mit denen kriege ich mehr Schaden, Leute. Ich muss dann sofort switchen. Let's go, Leute. Let's go. War da einer? War da einer? Okay, 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 Leute. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ich schwimme hier los, Leute. Ich bin im Wasser. Ich muss an meine Kiste ran. Ich muss an meine Kiste ran. Ich glaube, die war irgendwo da vorne, Leute. Ich nehme jetzt eh alles letzte mit, weil mein Inventar so leer ist. Vielleicht schmeißt du auch den ganzen Müll weg. Die Sandblöcke und so brauche ich jetzt nicht. Oder die Erdblöcke. Ich muss schon mal sofort alles leer machen, dass ich direkt alles mitnehmen kann. So, Leute. Let's go. Ganz vorsichtig. Ganz, Ente, ganz vorsichtig. Okay, Ente ist nicht mehr da. Das ist sehr gut. Let's go, let's go, let's go, let's go. So, ich muss an meine Kiste, Leute. Ich glaube, ich habe da noch richtig viel Gold. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das locker. Noch wurden wir noch nicht gesehen. Ich muss lieber am Wasser bleiben, Leute. Wir warten bestimmt alle in der Mitte. Wo ist es uns? Wir wissen doch bestimmt, dass meine Kiste hier ist. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video noch drin gelassen habe. Ich glaube schon. Jetzt bin ich in der falschen Richtung. Ich muss in die Richtung. Zum Alpha-Klan-Turm. Ich darf halt nicht so offen rumschwimmen, Leute. Nein, 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 nein. Da vorne. Ich habe da einen gesehen. Oh, oh. Ähm. Einfach weiterschwimmen. Einfach weiterschwimmen. Einfach weiterschwimmen. Das wäre nichts gewesen. Nein. Gold auf dem Essen. Gold auf dem Essen. Freunde. Die haben mich schon angegriffen. Habt ihr mich schon verloren? Bro, sie kriegt mich niemals. Ich habe keine Angst vor euch. Warte, du bist eine Lachnummer. Eine Lachnummer. Oh, bin schon weg. Moritz, die kriegen mich nicht. Hä? Oh, oh. Wir sind in der Peng. Wo ist der Junge? Lucas. Yes. Nach dir bist du, Kollege. Bruce. Was einmal. Los mal, was einmal. Und Goldäpfel. Ich frage, wer mehr hat. Ja, mehr haben wir, aber. Sehr schön. Rennen, alle. Okay, Leute. Er ist hier oben. Oh, das war nicht falsch, dann. Nein. Ich wollte nur in meine Kiste gehen. Ich wusste, das wird passieren. Oh, oh. Hey, Friday. Ich muss meinen Blöcken spielen. Ich muss meinen Blöcken spielen. Kann ich mir immer Schutz bauen. Ist hier oben drauf, oder? Ist wirklich hier oben drauf? Ich sehe nicht, ne? Ich sehe nicht, ne? Ja, Enderpil. Ja, Lukas. Nur von meinem TNT weg. Hä? Oben auf dem Dach. Ich esse meinen letzten Goldapfel. Nein. Hast du, hast du? Nein, Leute. Enderpille? Lukas, bitte! Ja, Bro. Lukas! Das war mein letzter Goldapfel. Ich brauche Gold. Lukas! Wir waren immer Kumpels, Bro. Wir waren immer Freunde, Freunde. Bro, was waren wir? Riany, Bro. Ah, Riany, du warst schon immer der Beste, Bro. Auch ohne Amulett. Auch ohne Amulett, Riany. Natürlich, natürlich. Ich feiere dich auch ohne Amulett. Ja, ja. Aber Wasser kriegen die mich nicht. Aber Wasser kriegen die mich nicht. Leute, das Wasser ist zu weh. Oh, oh. Oh, oh, doch nicht. Doch nicht. Lukas! Ah, mein Lieber. Hä? Oh mein Gott. Ich habe keine Öpfel mehr. Ich habe keine Öpfel mehr. Du musst den Goldapfel öffnen. Hattet. Hattet da her. Ich habe keine Goldäpfel mehr. Ich habe keine Goldäpfel mehr. Hey, Jungs. Dann wird wieder in Wasser landen. Zeit Uhr? Juckas! Was habe ich dir getan? Hä? Wo nicht? Runterbahn, runterbahn, runterbahn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich habe einen Hut geholfen. Ich habe einen Hut jetzt gegeben. Oh, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Noch eine. Er hat schon wieder eine. Ja, ja. Oh, ist so schlecht. Hahaha, Lukas! Was sagst du, da du bist? Was? Besser als du das, denke ich. Ja, ist ein zu dritt, Youngstersen. Ja, Bro. 1 gegen 1 rennt wieder weg. Du rennst doch auch beim 1 gegen 1 weg, hä? Nein, 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 nein. Soll ich niemals machen, Leute. Ja, Angst, Angst, mit Angst. Ja, Wassermarkt. Arme! Warum kommt Arme online? Ja, weil er weiß, was gut ist. Ich werde... Ich bin an den Seen. Ich bin an den Seen. Ich bin an den Seen. Warum ist das so viel? Ich bin an den Seen. Ich bin an den Seen. Mäau. Lass mich in Ruhe jetzt. Ihr habt genug von mir. Bro, wie viel Rüstung hast du gemacht, Brust? Genug, Brust. Genug, ja. Die kriegen meine Rüstung nicht. Ich bin aber nicht zu sicher. Okay, tschüss, Freunde. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lukas! Mann! Ich will jetzt nicht, dass es noch meine letzte Folge ist. Das wäre doch voll cool. Das wäre doch eine coole Folge. Nein! Einfach eine Meerjungfrau-Folge, weil du die ganze Zeit im Wasser tippst. Ihr seid so wehrt! Es ist wunderschön. Leute, ich muss die Delfin-Zachse kastivieren. Ich bin an den Delfin. Ich bin an den Delfin. Ich bin an den Delfin. Ich bin der weiße Delfin. Ich krieg mich nicht. Leute, die kriegen mich nicht. Ich habe keine Golderfülle. Ich muss hier spielen. Ich habe keine andere Wahl, Leute. Wenn ich jetzt schreibe, dass ich ein Angsthase bin. Was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen, Leute? Ganz ehrlich. Oh, oh. Alfie, na? Alfie! Hallo, Alfie! 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 Der Bogen macht echt wie Schaden. Der Bogen macht echt wie Schaden. Amir, bist du da? Ich bin hier. Ey! Bruce! Alfie, du hast uns unterschätzt, oder? Wir können doch Lucky Buck eis! Ähm, nee, Lucky Buck habe ich schon gedacht. Wir können friedlich reden. Ihr könnt mich aufnehmen. Ich gebe euch meine Items. Wir haben gesagt, kommt zu den Eiskriegern. Wir haben gesagt, lasst uns in Vieres eins gegen eins. Ich habe dich damals sogar verschont. Was für Eiskrieger? Es wurde mir nie eingeladen. Ich wurde nie eingeladen. Weißt du, warum? Weil wir keine Loser nehmen. Der zu den Ampelkriegern gehen soll. Leute, wieso ragge ich nicht? Wieso ragge ich nicht? Doch, einer weniger. Nein. Nein, Leute. Schon wieder? Ja. Ich muss vor allem abhauen. Ich muss gerade richtig krass abhauen. Nein, die sind schneller als ich. Ja, der Fienkraft, der Fienkraft. Leute, nein, ich will nicht drauf gehen. Bitte nicht. Das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Ich ziehe es nur in die Länge. Warum isst du so viel? Nein, das war's. Schlägst du mit Rückstoß-Dings? Schwert? Ja. Nicht du. Lukas? Hä? Schlägst du mit Rückstoß-Schwert? Ich schlag mit Axt. Ich geh in die Wall rein. Ich geh in die Wall rein. Leute, ich hab so Angst. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weiter weg, weiter weg, weiter weg. Falsch an. Weiter weg, weiter weg, weiter weg. Leute, wir sind echt gut im Verfolgen. Banks und Sova nicht so krass. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist mein Herz in der Appell, Leute. Ich glaub, die haben nicht. Leute, ich hab keine Goldäpfchen. Ihr habt gesehen, wie viel Bullen wir abziehen. Mein Helm ist gleich kaputt. Leute, 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 Leute. Schnell einfach weg, Peng. Einfach weg. Leute, ich hätte das nicht mehr länger überlebt, Leute. Ich wäre da gerne länger geblieben. Aber ihr habt gesehen, wie es aussah. Ihr habt gesehen. Ich bin safe. Aber es reicht mir noch nicht, Leute. Ich muss weiter weg. Weil mich einer wieder von denen sieht. Bin ich sofort da. Nein, 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 nein. Hier ist dieses Eisding. Ich geh mal einfach hier runter jetzt. Mach hier zu. Ach, Leute. Boah, das war so knapp. Ich war auf drei, vier Herzen oder so. Leute. Ich bin gerade noch so im Schockzustand. Es wäre gerade fast zu Ende gewesen. Ohne Goldäpfel ist es ja richtig schwierig. Mit meinem Helm. Guck mal, wen ich liebende an. Heißt doch nicht, dass ich jetzt sicher bin. Das alles vermeiden, Leute. Hier drin ist eigentlich gut, Leute. Weil diese verschiedenen Blöcke sind. Die kriegen nämlich niemals. Niemals. Leute, ich muss kurz durchatmen. Oh, das war gerade so knapp. Wäre ich nicht im Wasser gewesen. Wäre ich schon da. Das wird Rache geben. Das wird sowas von Rache geben, Leute. Sowas lasse ich nicht mit mir machen, Leute. Die sind als Riesenteam auf mich gegangen. Das war ja fast wie jetzt, Leute. Aber noch knapper, weil ich keine Goldäpfel mehr hatte. Soll ich da versuchen, irgendwie Äpfel zu farmen, Leute? Kann ich auch zu Faberger Hils gehen? Aber jetzt auf jeden Fall gehe ich gar nicht mehr nach oben, Leute. Hä? Das sind meine Koordinaten. Nein, nein, nein. Sind es nicht, sind es nicht. Ähm, jetzt habe ich die Koordinaten gezeigt. Warte mal, die haben wir eine Base gefunden. Ähm, das könnte meine Base sogar sein, Leute. Das könnte sogar meine Base sein. Aber ich habe da nichts Wichtiges, Leute. Ich glaube, ich habe da nichts so Krasses. Oh, das wäre so nice. Hätte ich da richtig viel TNT, was ich da platziert hätte. Ich habe gerade voll wenig mit TNT gespielt. Aber ihr habt gesehen, Leute, ich konnte nicht damit spielen. Das ist zu knapp war die ganze Zeit. Das war zu knapp. Die Helme kann man hier nicht fusionieren, oder? Das geht, glaube ich, nicht. Guck mal. Dann hat er keine Verzauberung mehr. Nein. Nein. Was mache ich jetzt? Es ist vorbei. Es ist vorbei, Leute. Ich weiß nicht, ob die Zone morgen kleiner wird. Man muss hier so oder so noch mal raus. Ich glaube, das mache ich jetzt nicht. Ich muss warten. Ich glaube, ich habe bis 20 Uhr Zeit oder so. Das sind die Regeln. So lange darf man spielen. Ich war auf jeden Fall heute online. Die hatten die Chance. Aber ich muss mir irgendwas überlegen, Leute. So. Okay, die suchen gerade meine Base, glaube ich. Ich glaube, das könnte echt sein, Leute. Die war echt in der Mittelinsel. Das könnte sein, Leute. Nein. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, Leute. Es ist okay, Leute. Boah. Das war sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ich hätte gerne wirklich länger gekämpft, Leute. Ich habe gerade Stimmen gehört. Oder Schritte. Nein, nein, nein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein, oder? Oh! Simon! Nein, nein, nein. Nein, niemals. Du Schisser, schreibt er mir. Du kamst mit fünf Mann. Nicht echt, Leute. Leute, was will ich aber angst? Komm alleine jetzt. 2-1-1-1 mit Essie weg. Ja, stimmt, Leute. Aber Essie war echt feige. Er hat mich... Ich war eigentlich schon raus aus dem Projekt. Eigentlich beschuldigt ihm das. Aber das können wir erst ab morgen machen, Leute. Heute sind die alle im Team. Heute würde ich gar nicht mit denen irgendwas mehr reden, Leute. Ich gehe weiter nach unten. Ich gehe weiter weg. Ich habe gerade meine Koordinaten gezeigt. Das heißt... Oh, ich zeige auch die ganze Zeit meinen Weg hier. Ich muss mich auf jeden Fall woanders auslangen, Leute. Nicht hier. Weil sonst können die mich... Wie heißt das? Spawn trappen. Und ich hier auf den Server joine. Aber, Leute, das war wirklich sehr knapp. Sehr knappe Folge. Das ist einfach fast mein Ende. Oh, Leute. Ryan hat mich ja gerade wirklich fast bekommen. Ich hatte drei Herzen, Leute. Nur noch Kartoffeln zum Essen. Ich habe einfach mit Kartoffeln überlebt. Ich kann mich auch nicht krass werden, Leute. Wirklich. Ich habe alles... Ich habe einfach logisch gedacht, Leute. Einfach nur zu überleben. Nicht an Hits geben. Ich wollte einfach nur überleben, Leute. Ich muss auf jeden Fall zur Mitte gehen, wenn keiner von denen online ist. Ich brauche mein Gold, Leute. Und Äpfel. Ich brauche Goldäpfel. Ich glaube, mit Goldäpfel könnte ich noch länger überleben. Könnte ich mir vielleicht noch einen Eisenhelm craften. Ich muss aber auch in die Länge ziehen, Leute. Ich will ja nicht raus. Ich will ja nicht raus. Okay, Leute. Ich glaube, ich mache kurz einen Katz. Helfe. Du bist der Beste im Abhauen. Im PvP der Schlechteste. Aber Abhauen kannst du. Danke, Bro. Leute, ich habe gesagt, ich will der Meister im Abhauen. Mich kriegt niemand. Solange ich noch Enderpellen habe. Mal nochmal. Oh, Leute. Mit dem Enderpellen wird es auch ziemlich knapp. Unsere Reserven. Tut mir zwar leid für deine Zuschauer. Leute, das tut mir auf. Nein, Leute. Wirklich. Ich habe hier gegen fünf Leute versucht anzutreten, Leute. Ich hätte direkt abhauen können. Ich bin ja trotzdem in die Mitte reingegangen. Das kann ja auch spannend sein. Morgen scheint die Sonne auf. Und da seid ihr dann kein Team mehr. Das wäre unsere Chance, Leute. Ich glaube, jetzt schreibt Bro. Was, Bro? Was, Bro? Du wirst kein 1 für das 1 machen. Doch, 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 Leute. Wirklich? Soll ich hier vielleicht einfach Strip mine, Leute? Und Diamanten so suchen auf der Höhe? Bleibt sonst wirklich nichts anderes übrig, Leute? Ich stelle mich einfach und beende es. Aber ich will nicht beenden, Leute. Das wäre zu langweilig. Flo, kennt ihr mich nicht? Ich gebe nicht einfach auf. Ich hau zwar oft ab und so, Leute. Und rede viel. Und, ähm, aber... Stell mich! Ähm, ich meine, ich versuche zu überleben, Leute. Ich kämpfe, Leute. Ich will noch nicht raus. Okay, Leute. Ich muss jetzt echt, glaube ich, einen Cut machen. Weil ich darf hier nicht zeigen, wo ich hier gerade hingehe. Deswegen sind wir uns gleich wieder.